Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge Supremacy 1914. Auch wenn die Aufnahme jetzt direkt am nächsten Tag erscheint, ist der Zeitabschnitt bis zur nächsten Aufnahme jetzt doch fast 94 Stunden gewesen, weil ich einfach keine Zeit reinschieben konnte, noch eine weitere Folge aufzunehmen. Es hat sich allerdings einiges getan. Man erkennt direkt in der Zeitung, dass sich so ein bisschen eine Kehrtwendung eingeleitet hat. Schottland verliert die ersten Punkte. Wir gewinnen weiter fleißig Punkte. Und was man natürlich auch nicht außer Acht verlieren sollte, sind Venezuela und Peru, die tatsächlich sehr, sehr, sehr stark sind. Und die südamerikanischen Staaten hier die nächsten Punkte in dem Ranking sind. Dann kommt Ontario und dann kommen zum Glück drei von unseren Koalitionsmitgliedern. Koalitionstechnisch sind wir immer noch bombig aufgestellt. Sind jetzt fast 400 Punkte vor der Koalition mit Venezuela. Wobei, damit können wir mal ganz kurz anfangen, dann haben wir es abgehakt. Auch hier zeichnet sich langsam aber sicher ein Ende des Konflikts ab. Und zwar hat sich Venezuela fast komplett hier im Süden, 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 Nordamerikanischen Raum breit machen können. Ist schon direkt an der Grenze zur Ontario und liefern sich weiter blutige Kämpfe. Hier hat inzwischen die KI, glaube ich, übernommen bei Mexiko, wenn ich mich nicht irre. Ja, tatsächlich. Das heißt, die dürften sich jetzt auch ein bisschen intensiver vielleicht hier unten gegen die Invasion wehren. Mal gucken, wie das so läuft. Und dann hoffe ich, dass Venezuela hier noch Zeit braucht, um sich weiter durchzusetzen. Weil ich gerne angreifen würde, bevor die fertig sind. Das ist so ein bisschen mein Ziel, das ich momentan verfolge, dass wir übersetzen können hier unten hin, bevor die hier oben fertig sind. Oder wenigstens so geschwächt sind, dass sie nicht gleich zurückschlagen können. Gut, aber wie sieht es bei uns aus? Schottland. Ich weiß nicht, ob wir einfach von der Koalition aus einen günstigen Augenblick für den Angriff abgepasst haben. Oder ob er irgendwie schon aufgegeben hat. Ich spekuliere ein bisschen auf das Weiteres, weil er ist nicht AFK. Er wirft uns Truppen entgegen. Allerdings nur halbherzig. Er schickte seinen Schlachtschiffkorps runter. Jetzt nicht schlecht mit den Soldaten drauf und den Schiffen mit 1180 Lebenspunkten in Richtung meiner Flotte hier unten. Aber ich fasse die, sobald das hier besiegt ist, zusammen. Und dann gucke ich mal, ob wir das nicht vernichten können. Ich ziehe die ein bisschen weiter noch Richtung Süden, damit mein Flugzeug dann entsprechend auch noch mit eingesetzt werden kann. Ich könnte es sogar schon einsetzen, sehe ich gerade. Wisst ihr was? Ich lasse es auch schon angreifen. Und ziehe das Flugzeug hier ab. Ansonsten hat er von seiner Hauptlandstreitkraft gar nichts benutzt. Er hat diese eine Einheit, hat er gen Süden geschickt Richtung Portugiesisch Angola. Das waren irgendwie 90 Infanterieeinheiten und paar 30 Artillerieeinheiten. Und abgesehen davon, dass diese Einheit tatsächlich ganz Angola hier aufgeraucht hat, dadurch, dass er sich überhaupt nicht darum gekümmert hat und irgendwie sehr verspätet hat, reagiert hat, konnte man das gar nicht verhindern. Macht er hier mit seinen Streitstreifen gar nicht und hat nur noch von hier oben anscheinend das, was er hier hatte, jetzt verzweifelt hierhin runtergeschickt, um hier anzugreifen. Aber das sind auch nur 20 hier und lass es 40 Einheiten hier sein. Also das ist tatsächlich brutal wenig und das fangen wir jetzt auch einfach direkt ab mit unseren vorhandenen Einheiten. Und dann geht es weiter hier. Also den Bereich erobern wir definitiv die nächsten Tage noch. Und in Schottland, also in Spanien dann und Frankreich konnten wir ohne Probleme landen und alles wegholzen. Ihr habt ja die große Offensive gesehen mit meiner Flotte. Also ich bombe hier eigentlich alles weg und führe hier gar keinen Landkrieg zum aktuellen Zeitpunkt. Ich schneide hier einfach überall durch und lasse mich da gar nicht auf großartige Konflikte ein. Oh, was ist denn hier? Das ist ja eine kleine Provinz. Wieso habe ich die nicht eingenommen? Gute Frage. Nächste Frage würde ich sagen. Das ändern wir mal schnell. Das ist eine Lebensmitteldinge, die brauchen wir ganz, ganz dringend, wie ihr hier oben seht. Also erstens technisch haben wir wirklich ein Problem. Und ansonsten machen wir so weiter. Mein Plan war jetzt eigentlich mit meiner Seeflotte hier weiter rumzufahren. Und hier auch einfach alles wegzuschießen und mich dann so weiter durchzuarbeiten, sodass ich möglichst wenig von meinen Landstreitkräften verliere. Ich ziehe auch immer noch fleißig rüber, einfach als Verstärkung, weil ich davon überzeugt bin, dass er mir vielleicht doch noch mal alles entgegenwirft. Oder die KI übernimmt, weil er dann irgendwann am Ende des Tages auf K geht. Dementsprechend ziehen wir noch fleißig rüber. Damit höre ich allerdings jetzt in, ich sag mal in 24 Stunden später sitzt es auf. Und dann wird alles, was hier spawnt, hier gesammelt und dafür vorbereitet, hier in Brasilien anzuladen. Mal gucken, ob wir das nicht noch auf eine vernünftige Weise hinkriegen. Die Nachricht schaue ich mir nachher mal an, weil ich nicht weiß, was drin geschrieben wird. Und so geht es weiter. Und wir haben tatsächlich keine Probleme mehr. Auch produktionstechnisch sind wir momentan auf der kompletten Höhe. Wir pumpen raus, was wir irgendwie können. Es dürften gleich auch schon wieder Sachen fertig werden. Ah, hier wird noch gebaut. Und es läuft wie am Schnürchen. Also ich kann mich tatsächlich... Wieso kann ich nicht bauen in Madrid? Ah, jetzt kann ich es auswählen. Einen Panzer könnte ich bauen? Das allerdings nicht. Ach, weil die Werkstatt beschädigt ist. Und das interessiert nur die Artillerie. Das ist ja interessant. Okay, nee, gut, das war ich mal ganz kurz verwirrt. Okay, das läuft auf jeden Fall. Hier schneiden wir uns durch. Ich denke mal, bis heute Abend werden wir hier ganz Spanien und Frankreich erobert haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wenn wir hier Schrittweite immer weiter fahren können. Und dann geht es ins Hauptland hier rein. Und mein Ziel mit der Flotte wäre, sofern denn ein Großteil davon das überlebt, wovon ich mal ausgehe. Weil wir haben auch U-Boote dabei und acht Kreuzer. Und auch hier ist noch ein U-Boot von Deutsch-Tansania. Widme ich mich dem Hauptland hier. Und da werde ich gar nicht auf Landkämpfe eingehen. Wenn man sich den Radius der Schlachtschiffe anschaut, kann ich ohne Probleme hier in den Tümpel reinfahren. Zwischen Irland und Großbritannien. Und einfach alles abschießen. Und dann fahre ich einfach rum und dann lande ich nur noch an. Und erobert die ganzen Provinzen. Das einzige Thema, um das wir uns tatsächlich kümmern müssen, ist das Thema Nahrung. Wie man sieht, habe ich sehr viele Provinzen erobert. Das hat unsere Einnahme an Nahrung brutal geschmälert. Brutal. Und auch das können wir mal wieder ausgleichen. Und das müssen wir ein bisschen in den Griff kriegen. Sonst sehe ich da ein bisschen schwarz. So, gucken wir mal kurz. Möglichst gleichmäßig verteilt. Okay, damit kommen wir ein bisschen aus. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Hier haben wir zum Glück eine Doppelnahrungsprovinz. Die holen wir uns ab, sobald unser Schlachtschiff hier mit dem fertig ist. Der schießt nämlich da einfach jetzt die ganze Zeit weiter drauf. Und killt hoffentlich noch einige davon. Das einzige, was momentan ein bisschen stört ist, dass er in der Festung steht. Aber was soll man machen, ne? Irgendwie kommen wir da schon durch. Hier kommen auch noch weitere Schlachtschiffe und anderes Zeugs an. Also die helfen dann wahrscheinlich auch gleich. Und so sollten wir da ohne Probleme durch den Krieg durchkommen. Und ich möchte meine Hand jetzt noch nicht ins Feuer dafür legen, da ich die aktuelle Stärke von Venezuela nicht kenne. Aber ich glaube, wir sind jetzt endgültig auf einem guten Weg, um dieses Spiel zu gewinnen. Ein kleiner Ausblick, die letzte Minute noch Richtung Osten. Hier haben wir uns festgebissen. Wir schießen hier die eine noch entkommende Einheit ab, sodass sie sich auch noch auflöst, ohne dass wir zu viel verlieren. Und dann marschieren wir weiter gegen Osten. Unsere Eisenbahngeschütze machen hier mehr oder weniger ganze Arbeit. Haben aufgehört zu arbeiten. Das ist nicht ganz so gut. Kommt her. Wieso geht denn meine Steuer? Ah, jetzt geht meine Steuerung wieder. Okay. Genau, machen mehr oder weniger gute Arbeit und schießen alles kaputt, was nicht aufpasst. Und dementsprechend kommen wir auch ganz gut voran. Also, das soll es gewesen sein. Ein bisschen tütteliger für heute, dadurch, dass ich direkt in der Früh aufgenommen habe. Und ich freue mich schon darauf, euch in ein, zwei Tagen das nächste Update zu präsentieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns große Teile Europas einverleihen konnten. Wobei ich da sehr optimistisch bin, dadurch, dass meine Koalition wirklich sehr, sehr langsam reagiert. Und Lücken nur mühselig schließt und da nicht wirklich, nicht wirklich sehr proaktiv irgendwie mit dabei ist. Aber schauen wir mal. Je mehr Punkte für uns, desto besser. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.